Freunde, schöner Ball, aber... Geh doch rein! Was macht der denn? Was macht der denn? FIFA, supergeil! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von FIFA 17 Ultimate Team. Wir zocken heute gegen den guten alten Peterle, denn der hat hier den SC Bräuch-P gegen FC P-Diesel 1. Da sieht man gerade meine momentane Aufstellung. Und zu meiner Verteidigung möchte ich am heutigen Tag sagen, dass ich so lange nicht mehr gespielt habe. Wir sehen jetzt hier gerade Peters Team. Es spielt mit einem 3-4-1-2. Ich dachte, du spielst mit einem 3-5-2. Nee, 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 nee. Ich habe es nochmal geändert. So, Leute. Die erste Minute ist angebrochen. Jetzt geht es um die heiße Wurst. Kosta, der unfaireste Sportler. Oh, jetzt Kosta! Sorry, Leute. Es könnte mal sein, ich bin bei FIFA-Angeblich immer sehr emotional. Das ist immer... Aber, ja, 1-0, Alter. Na, 4 Minuten. Und unser Glücksbringer. Alter. Boah, der hat ihn aber auch reingeknüppelt. Viele fragen sich vielleicht, weshalb wir jetzt hier gerade nicht in einem kleinen Räumchen sind. Das ist einfach besser, wenn man so in seinem Kämmerchen ist. Da kann man sich ein bisschen besser konzentraten. So, mal hier einen guten Doppelpass spielen. Aber dann doch in die Mitte ziehen. Und dann ist da unten einfach niemand. Oh, übles Foul. Da muss der Oskar auch mal die Option eines Fouls ziehen, Freunde. Oh, da gibt es Gelb. Der wollte ihn töten. Nee, Freunde. Nee, nee, nee. Oh, schöner Ball, aber... Oh, geh doch rein! Was macht der denn? FIFA. Supergeil. Gott sei Dank ist das Spiel ein bisschen, also... Ey, Alter, willst du mich verarschen? Er springt mit dem Gesicht in den Fall rein. Oh, Leute. Was war da denn los? Guck dir das an. Ja, ich... Er hat sich jetzt aufs Knie geschlagen. Was für ein Dudi. Oh, Mann, Alter. Jetzt wird es natürlich schwer. Schon nach 20 Minuten in 2-0, ey. Der Rixen hat einen geilen Schuss. Aber da ist Moussa! Oh, Gott sei Dank. Der Winkel ist zu spitz. Ja, das stimmt. Spitzer Winkel ist auch gar nicht mehr so geil, ne? Oh, Torwart. Torwart! Sauber! Ja, Courtois macht das easy. So, jetzt auf Oskar! Boah! Weltklasse gehalten. Den habe ich eigentlich schon drin gesehen. So, Chakka nochmal. Mit der Flanke. Weg! Da, niemand. Nochmal. Matip, Alter! Wieder einfach mal durch. Schickt Lukaku. Lukaku auf. Ah, mit Moussa! Und da ist er wieder drin! Der Mann mit dem Goldfüßchen. Der Zuckerfuß. Dieser Typ. Dieser Moussa. Ey, das ist das... Boah! Ah, nee. Und der Dom oder Block, der jubelt, Freunde, mit dem Außenriss. Wo laufen die denn alle hin? Da kann man... Aber das war schöne Haare mit dem Außenriss. Oh, 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 oh. Oh, schöner Ball. Oh! Das gibt es doch nicht. Komm! Boah, Mann. Ja, ja. Was ist denn bei dir los? Und außen Pedro. Hier ist gut. Moussa! Pedro! Weg damit! Na, Thomas! Lukaku! Was war denn das schon wieder dahin? Alter. Und jetzt Lukaku. Lukaku. Lukaku! Haltzeit! 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 Ja, ja, du hast wieder direkt gedacht, oh nein, endlich mal. Ich dachte schon wieder, irgendeiner von meinen Leuten ist kaputt. Übrigens, Leute, habt ihr vielleicht mal Bock, dass wir im UFO so ein kleines Turnier veranstalten? Eure Meinung mal gerne unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Dann könnte man im Gemeinschaftsraum ein bisschen gegeneinander zocken. Kleines UFO-Turnier, könnte, glaube ich, ganz geil sein. 2 zu 1, Peter. Willst du auswechseln, oder was? Nein, 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 achso, sorry. Ich habe mich A gedrückt, weil ich bin gerade so fokussiert auf die zweite Hälfte, weißt du? Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich hier meine Führung mit nach Hause nehmen kann, oder ob das... Oh, Och Mann! Ne, 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 jetzt Pölin raus, Kotschma! Den habe ich wieder. Oh, der setzt sich durch, Alter! Boah! Oh, gib Geld, bitte! Komm, geh hin! Komm da! Ja, der gibt den Karton. Ja, der wird schon, alles gut, alles gut. Sieht aus wie Simon Desu! Stimmt! Stimmt, ein bisschen, ja, aber er hat sich jetzt ja auch die Haare gefärbt. Ja. Wir nehmen, wir nehmen Lukaku, weil der, der hat, der hat den Zunder da drin. Ja! Gut abgewehrt. Oh, aber... Aus der zweiten Reihe! Oh! Der hat leider keinen richtigen Schuss. Nochmal in die Mitte! Weg damit! Nochmal! Oh, Mann! Bewegt euch doch mal! Bitte! Und jetzt auf Costa! Und der muss sich jetzt ablegen auf de Bräune! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Weltkarte gemacht! Wunderschön! Vor allem, ich hab die ganze Zeit überlegt, geh ich jetzt nochmal in die Mitte, weil du fairlegst, oder warte ich ab und dann hast du natürlich die Weltkarte ausgespielt. Zack! Ach nee, ey! Das hat er wirklich gut gemacht! 3 zu 1! Oh, Peter, Peter! Jetzt, ich muss noch... Ja, ja! Ich muss Moussa echt irgendwie einfach... Also, so leid es mir tut, ist ja alles virtuell, meine Damen und Herren, aber ich muss ihn einfach kaputt machen. Jetzt, Luca! Alter! Jetzt, Moussa, komm! Moussa! Boah, was denn das?! Boah! Oh, Gott! Der war doch von mir! Ich wollte ihn auch zurückköppen! Oh, nee, ey! Völlig verdientes Geld für Bräune! Und wer ist das denn hier?! Wer ist das denn hier?! Ahmet Moussa! Gut gelegt, Freunde! Das gibt Freistoß, oder? Nein, da war... Was?! Und Oskar, komm! Ha da! Mit dem Mütz! Mann! Oder Courtois, der will auch ein bisschen mitspielen! Boah! Nein! Nein! Nie um! Oh! Oh, Mann! Der Moussa fragt dich heute, was hab ich denn am Schuh? Freunde! So, und jetzt die Planke! Torwart! Boah! Oh, Mist! Aber... Wer ist da? Martin! Komm, Junge! Ja, Ecke! Oh, Mann, ey! Ist alles Zeit, Leute! Ist alles Zeit! Jawohl! Boah! Egal! Konter! Nein! Leute, jetzt aufpassen! Und nur, falls die gute Gretsche so... Oh, Gott! Ja! Musa! Ja! Komm raus! Raus da! Mann! So schlecht gespielt, Alter! Alles, alles gut, die Jungs! Alles gut! Wir müssen nur noch wenig Zeit über die Runden bringen! Da kann doch mal auch gerne die Gretsche angewendet werden! Oh! Ja, Musa geht hier durch! Boah! Da war es... Ich hab eine... Falsche Taste! Aus Versehen! Es klingelt an der Tür, Peter! Ich geh dran, aber drück Start! Ja, warte! Ich weiß ja, was das ist! Ja, warte! Drück, drück Du Start! Okay! Hallo? Hallo? Ähm... Bestell noch nicht mal? Jo, dritter schon! Peter, dann bin ich wieder! Wunderbar! Bist du bereit? Oh, nee, noch nicht! Nee, nee, bist du bereit? Okay, das Spiel fortsetzen! Okay! So, ich hab... Alles nach vorne geschmissen, mein Freund! Vorsicht, Leute! Vorsicht! Oh Gott! Pedro! Raus! Raus! Boah! Hier wirst du doch verrückt, meine Damen und Herren! Das... Oh, dein Torwart ist jetzt auch vorne! Komm, weg damit! Jetzt direkt! Jetzt nach vorne! Und den macht er direkt! Der macht... Der... Der muss einfach... Nein! Ha! Nein, er läuft! Oh Gott! Da gibt's auch... Warum lässt der nicht weiterlaufen? Weil der schon gelb hat! Der gibt jetzt gelb-rot, Mann! Das ist ein Zeichen! Egal! So! Komm! Wenigste 10 Anschlusstreffer jetzt nochmal! Über... Pedro! Pedro! Ach komm schon, Kiefer! Und komm! Und komm jetzt nochmal zum Abschluss! Einen langen Freistoß! Und dann darfst du auch gerne... Gerne das abpfeifen! Aber da kommt nochmal Lukaku durch! Boah! Fehler! Fehler! Was war das denn für eine Attacke? Der hat genug beim Spiel! Der muss ihm doch jetzt rot geben! Ja, eigentlich schon! Was macht der jetzt, Herr Schiedsrichter? Ich bitte sie, wenn sie dem... Der gibt's den Gelb, Alter! Was?! Ich wär doch komplett... FIFA, du bist... Ey, du bist so... Vor allem komplett in die Ball... Guck dir das nochmal an! Und da... Er kann gar nicht an den Ball kommen, Alter! Und dafür gibt's Gelb! Das gibt's nicht! Oh, Mann! Er dachte, ja komm, ist denn eh schon vorbei, die haben verloren! Was heißt... Warum noch mehr bestrafen? Nochmal ein Weltklasse-Freistoß zum Ende! So, das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus, Freunde! Aus! Aus! P-Dizzle ist... Was macht denn der Ordner da hinten? Nicht Weltmeister! Aber! Meine Damen und Herren! Das war's mit diesem kleinen... P-Dizzle gegen Peterle... FIFA-Dizzle-Ultimate-Team! Ihr wisst, was ich meine! Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da! Ich werde jetzt den Sieg feiern! Ich werde mit dem Autokorso und Alda durch die Straßen ziehen! Es wird eine krasse Party! Und... Mein Messer werde ich auch notfalls mitnehmen, um dann vielleicht quasi irgendwie... Rivalisierende Bräuch-Pel-Fans auf einmal kommen! Nicht, dass... Ich muss mich wehren! Leute, schaut bei Peter vorbei! Bei dem haben wir auch eine schöne Runde aufgenommen! Und... Dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag! Hier sind jetzt noch Videos verlinkt! Zieht sie euch rein! Peter ist ganz oben! Verlinkt! Natürlich! Und rein! Ciao, ciao! 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 Ciao!